Hallo und herzlich willkommen auf sportwette.net. Wir möchten euch heute den Buchmacher SportingBet vorstellen. Dafür ist es erstmal erforderlich, unsere Internetseite, die SportingBet-Detailseite zu öffnen. Und damit ihr immer die aktuellsten Bonis erhaltet, müsst ihr hier unten auf Weiter zu SportingBet klicken. Es öffnet sich daraufhin die Startseite von dem Buchmacher. Und da wir ja noch gar keinen Account haben, müssen wir uns erstmal oben rechts anmelden. Da gibt es eine ganz große Schaltfläche, jetzt anmelden. Dort müssen wir kurzerhand draufklicken und hier müssen nun erstmal nach und nach einige Details eingegeben werden. Nachdem ihr diese ganzen Informationen eingegeben habt, müsst ihr jetzt unten rechts noch mal auf Jetzt anmelden klicken. Und nun sind wir gleich im zweiten Anmeldeschritt, denn nach dieser kurzen Ladezeit ist es natürlich nun erforderlich, erstmal die erste Einzahlung vorzunehmen. Das gibt es zum Beispiel per Kreditkarte und das werden wir nun auch einfach mal kurzerhand tun. Nachdem auch diese Daten eingestellt sind, müssen wir nochmal auf Einzahlung tätigen klicken. Das dauert einen kleinen Moment. Die Daten werden nochmal überprüft und gleich können wir schon die ersten Wetten platzieren. Die 10 Euro wurden erfolgreich gut geschrieben und nun ist es uns möglich, hier auf der Startseite in das große Sortiment der Sportwetten einzusteigen. Zum Beispiel können wir hier auf Fußball klicken. Das werden wir einfach mal tun. Und hier gibt es diverse Wetten. Also es ist nochmal unterteilt in Deutschland, Ausland, vieles, vieles mehr. Zum Beispiel hier Deutschland Bundesliga. Da suchen wir uns einfach mal was raus. Bayer Leverkusen gegen Werder. Dort tippe ich auf Leverkusen. Und hier kann man jetzt Kombi-Wetten erstellen oder auch eine ganz einfache. Hier wird nur noch die Summe eingetragen. Zum Beispiel nehmen wir mal 5 Euro. Der mögliche Gesamtgewinn wäre in diesem Falle jetzt 6 Euro ein. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Wette platzieren. Und auf OK müssen wir nochmal kurzerhand bestätigen. Die Wette ist nun erfolgreich angenommen. Und nun sehen wir uns einfach nochmal an, wie eine Auszahlung möglich wäre. Das möchten wir euch unbedingt noch zeigen. Dafür müsste ich hier oben auf Mein Account klicken. Und hier ist es dann möglich bei Auszahlung in dieser Rubrik, nachdem das Ganze hier eingeladen ist, kurzerhand die Auszahlungsmethode festzulegen. Zum Beispiel Kreditkarte oder Banküberweisung. Hier kann man diese einzelnen Details dann einstellen. Hier ist nochmal die verfügbare Summe, die angezeigt wird. Man kann den Betrag einstellen, den man ausgezahlt haben möchte. Und dann auf Auszahlung Tätigen klicken. Die Auszahlung wird dann auch direkt vorgenommen. Und so einfach ist es dann möglich, seine Gewinne wieder auszahlen zu lassen, falls man nicht weiter wetten möchte. Und das war dann auch schon der Buchmacher SportingBet. Überzeugt auf jeden Fall mit fairen Prämien, guten Wettquoten und einem riesigen Angebot an zum Beispiel Sportwetten. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.